Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind Kirstin und Anne von Delta Fabrics, der Stoff deines Lebens. Kennt ihr das? Ihr seid Shoppen und ihr findet ein echt schickes T-Shirt, aber es passt einfach nicht. Oder aber auf der Straße findet ihr ein wirklich schickes Modeaccessoire, einen tollen Turnbeutel. Und ihr denkt euch, es kann doch nicht so schwer sein, sowas einfach selbst zu machen. Und das ist es auch nicht. DIY, do it yourself, ist so modern wie nie zuvor. Denn immer mehr Menschen haben den Wunsch, sich von der Massenindustrie abzugrenzen und ihre eigene Kleidung und Accessoires selbst zu gestalten. Dafür sind neben dem richtigen Material wichtig als Anfänger der Einstieg mit dem richtigen Nähkurs, weiterführend eine gute kompetente Beratung vor Ort und im besten Fall auch noch eine Community, um sich untereinander auszutauschen. Und wo finde ich sowas? So, und genau das ist nämlich das Problem. Anne und ich und viele, viele andere Kreative haben in Mannheim einen solchen Ort lange gesucht. Und deshalb haben wir den letztes Jahr einfach selbst erschaffen. Anne und ich, wir nähen seit vielen Jahren leidenschaftlich gern. Und als Diplomkauffrau und als langjährige Assistentin einer Schneiderin haben wir auch den richtigen Hintergrund dafür. In unserem Ladengeschäft in der U-Landstraße Neckarstadt-Ost bieten wir eine hochwertige und stilvolle Auswahl an Stoffen an. Außerdem bieten wir eine fachkundige und zuvorkommende Beratung. Aber das Besondere an Delta Fabrics ist, dass wir das Thema Nähen als Event präsentieren. In unserem Kissenkäse-Weinkurs zum Beispiel lernt der Anfänger ein Kissenprojekt oder lernt das Nähen anhand eines Kissenprojektes, begleitet von einem guten Glas Rotwein und einer kleinen Käseverkostung. Unsere Zielgruppe sind Frauen und sind Mütter, aber auch Männern wollen wir das Thema Nähen näher bringen. Deshalb wird es zukünftig bei uns auch einen Rhein-Männer-Nähkurs geben unter dem Thema Männer hartem Nähen. Wir sind jetzt seit fünf Monaten am Markt und seit Januar arbeiten wir auch profitabel. Unsere Vision ist es, über den Stoffhandel und die Nähe hinaus sukzessiv auch eine Community zu erschaffen, die die Do-it-yourself-Szene hier im Rhein-Neckar-Delta weiter nach vorne bringt. So möchten wir kreativen, jungen Labels die Möglichkeit geben, Workshops zu ihrem Thema bei uns im Laden zu geben. Wir möchten langfristig unser Konzept gern hier über die Region weiter hinaus ausbreiten. Wir suchen dafür strategische Partner oder Mentoren, die uns dabei helfen, Delta Fabrics weiter wachsen zu lassen. Wir danken Ihnen und freuen uns herzlich auf Ihre Fragen. Und vor allem haben wir jetzt noch 30 Sekunden übrig, Anne. Ich würde sagen, wir können das Thema alkoholische Getränke, wer hat danach gerufen? Könnten wir auch schon abkürzen. Zum Wohl. Rotwein, genau. Bei uns gibt es Rotwein und vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.